Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 23.07.2021 und unserem Bären läuft ein bisschen das Fell davon. Das muss man ganz klar sagen. Egal, welche Stelle angelaufen wird, da kommt irgendwo richtig umkehrt die Dynamik rauf, so dass der kleiner Teddybär hier sich schon langsam die Augen zu halten muss, weil es wird dezent zu bullig. Ja, auch zum Donnerstag. Ich meine, da sind jetzt bei den Amerikanern wohl ein paar Systeme ausgefallen, so dass die kaum mithandeln konnten, was dazu geführt hat, dass wir hier einen kleinen Wohle-Einbruch hatten, der für den Donnerstag sehr, sehr, sehr untypisch ist. Aber bevor wir da rauf gucken, ist mir noch eines ganz, ganz, ganz wichtig. Das möchte ich hier einfach mal ansprechen, weil ich damit zwei Sachen bewirken möchte. Zum einen möchte ich euch ein bisschen widerspiegeln, was ich so, wie ich so wahrnehme, wie die Leute drauf sind, weil wir kennen das, wir kennen das. Ich habe euch das oft immer wieder gezeigt und dass die Menge der Leute instinktiv vom Markt, man könnte es schon sagen, manipuliert wird, so dass sie immer wieder gleich denken und immer wieder falsch denken. Wir können uns noch daran erinnern an Streitgespräche hier auch auf YouTube, auf böse Beschimpfung und Beleidigung in dem Bereich, als wir hier waren. Als ich gesagt habe, das ist eine Flagge, der kann oben raus und mit jeder roten Kerze ich quasi rund gemacht wurde, was das dann für eine schlechte Analyse wäre und dass das dann mal gar nicht steigen könnte. Momentan ist es hier oben andersrum. Wir haben das auch immer wieder an anderen Stellen gehabt. Wir erinnern uns noch gut in dem Bereich hier unten, wo alle davon ausgegangen sind, dass es noch weiter fällt. Wir gesagt haben, naja, jetzt ist Märzverfall, der steigt wahrscheinlich jetzt erst mal bis Juni verfallen und dann kann er noch mal fallen. Dann ist er halt hochgegangen und haben gesagt, naja, fehlt schon noch was. Leute sind drauf, gab es auch wieder Wiederwehr und so weiter und so fort. Aber es entwickelt sich langsam hier in eine Richtung, die mir nicht gefällt, weil bisher war ich schon mal so ein bisschen das Ventil. Die Leute haben sich bei mir ausgeladen, wo ich sage, das ist für mich okay. Ich weiß ja, was der Antrieb hinter den Leuten ist. Damit kann ich umgehen. Mir ist wichtig, dass wir eine Community haben, dass wir uns dort helfen, weil wir sitzen alle im Boot. Jeder, der hier die Analyse schaut, sitzt im gleichen Boot. Das ist einfach so. Und das sollte man auch vielleicht verstehen halt. Hier sitzen hoch ausgebildete Akademiker bei den Banken, Programmierer, die sonst was für Mathe-Assist sind, keine Ahnung, Informatik, sonst was für eine Beblasung kriegen, wo 50 bis 100.000 Euro da rein investiert ist, dass sie richtig programmieren können, um die Systeme gegen uns auszurichten. Und momentan nehme ich Wort, dass da zu viel Friendly Fire einfach ist halt. Und da möchte ich einfach ein bisschen, einfach mal, kannst du kurz hier 2-3 Minuten aus dem Video nehmen, weil es geht um meine Community. Und ich weiß nicht, was die Leute zu so viel Missgunst antreibt, wie momentan da ist. Aber ich sehe das, dass untereinander unheimlich gegeneinander geballert wird. Der eine denkt, es steigt, der andere denkt, es fällt. Und der eine ist aber viel, viel besser als der andere und nimmt sich dann raus, denjenigen zu beleidigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich in den Chart schaue, kann ich diese Motivation gar nicht nachvollziehen. Wir haben seit Wochen, seit Monaten stehen wir auf der Stelle. Ich verstehe jeden Frust, der da ist. Aber ich verstehe nicht, dass der eine oder andere sich über einen anderen stellt. Ich verstehe nicht, warum Leute, die hier gebrüllt haben, all in, und es wird nie wieder fallen. Dann ist es 800 Punkte von dort gefallen. 800 Punkte. Man hat die Leute nie einen Tag gehört hier. Kaum ist das Ding wieder 500 Punkte zurück, sind sie die größten, weil sie es ja gesagt haben, dass der Markt all in long ist. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, was sie antreibt. Aber wir haben es jetzt auch in der Community immer mal wieder gehabt, dass einfach auch sehr gegeneinander gestichelt wird. Dass sich über andere drüber gestellt wird, mit so einer gewissen Grundarroganz auch. Sozusagen, was seid ihr alle so blöd. Ich bin viel besser. Und ich möchte daher einfach mal kurz so ein bisschen noch da einfach zwei, drei Worte sagen, wie ich auch künftig mit sowas umgehen möchte. Weil ich auch auf YouTube-Kommentaren, muss man auch sagen, durchaus feststellen kann, dass es Einzelne gibt. Denen geht es nicht darum, fachlich mit uns zu diskutieren. Denen geht es auch nicht darum, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Denen geht es darum, dass sie die Größten sind und alle anderen falsch liegen. Das erfreut sie am meisten und dann fühlen sie sich gut. Aber das ist nichts, was eine Community braucht. Das sind Einzelgänger, die können gerne künftig auch einzeln weiterkämpfen. Ich weiß nicht, was deren Motivation ist, aber ich möchte hiermit auch das offiziell machen und stärker verfolgen. Ich habe bei mir, seit wir unseren Chat haben in der Community, ein einziges Mal jemanden gebannt für einen Tag, dass er nicht mehr schreiben konnte. Ich habe noch nicht ein einziges Mal einen Account gelöscht. Ich habe noch nicht ein einziges Mal, ich habe oft versucht, verbal zu intervenieren. Das habe ich bei bestimmten Personen auch sehr oft machen müssen. Aber wir haben uns immer wieder gefunden, dass eine Community ist. Und in letzter Zeit merke ich schon stärker, dass manche Leute einfach dieses Community-Feeling nicht drin haben. Wenn ihr bei mir in den Chat reinkommt, dann gehe ich davon aus, dass ihr kommt, um mit uns gemeinsam zu arbeiten. Wenn ich merke, dass jemand nur kommt, um zu stänkern und um andere zu beleidigen, nicht mal mich zu beleidigen, sondern die anderen, dann hat er für mich nichts in der Community zu tun und werde deswegen solche Leute auch künftig ausschließen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, vorgestern, jemanden wieder gebannt gehabt und ich werde das auch künftig weitermachen und ich werde jetzt auch anfangen, auch auf den YouTube Kommentaren einfach ein bisschen mal zu filtern und einfach Leuten dann, man kann das einstellen, dass die Leute dann zwar, die können kommentieren ohne Ende, aber sieht halt keiner mehr. Die denken dann, die schreiben mal die Kommentare noch weiter, dann sind die glücklich, dann können die sich freuen. Aber ich sehe es nicht mehr und die anderen sehen es nicht mehr. Und das werde ich künftig machen und möchte aber grundsätzlich einfach ein bisschen noch mal animieren. Die sind eine Community, wir kämpfen alle an einem Strang und hier ist momentan keiner der geilere. Ja, das muss man sich ja einfach bewusst machen. Ja, die, die Long schreien, sind nicht egal. Hier sind 800 Punkte runter und davon erst wieder 500 Punkte hoch. Das ist kein Grund, sich übel zu feiern, weil man Long gesagt hat. Der ist tiefer. Die Monatskerze wird wahrscheinlich sogar rot. Ja, es ist aber auch, wobei man sagen muss, diejenigen, die short sind, haben ja nicht mal die angegriffen, die Long sind, aber man muss wirklich sagen, dass diejenigen, die hier davon ausgehen, dass der marktweite Long ist, momentan richtig austeilen, sehr aggressiv unterwegs sind und ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich kann die Motivation nicht nachvollziehen. Ob es der Frust ist, weil einfach keine neuen hochkommen. Ich meine, seit April hat er was geschafft hochzu. Seit April hat er was geschafft. Ja, nochmal 300 Punkte drauflegen. Wie viel waren wir von dem Punkt denn aber immer wieder nach unten weg? Das waren ein bisschen mehr als 300 Punkte. Das waren sogar jetzt mehr als 300 Punkte, die von hier weg ist. Nämlich 500. Und da muss ich schon sagen, also für mich wackelt der Baum langsam. Und so wie sich hier viele verhalten, muss ich sagen, ich habe das noch nie erlebt. In der ganzen Zeit, in der ich die Videos mache, habe ich oft erlebt, dass die Leute gegen mich keilen. Ne, dass sie mir an die Gurke gehen. Und das finde ich okay, weil ich bin Analyst. Ich sage, ob es steigt oder fällt. Und dadurch entsteht einfach ein Frustpotenzial. Wenn das nicht klappt oder wenn der Markt einfach momentan nicht mitspielt. Das ist nichts, was ich in der Hand habe. Das ist letztendlich auch der Markt. Ich mache ja jeden Tag das Gleiche. Ich gucke jeden Tag an. Gucke, wo sind die Widerstände? Wo kann es hingehen? Wo haben wir welche Potenzial? Jeden Tag das Gleiche. Was der Markt draus macht, das ist seine Sache. Greift der Markt phasenweise nicht gut? Das ist seine Sache. Ich verstehe, dass da ein Potenzial entsteht. Was gegen mich gerichtet wird, vollkommen okay. Aber wenn sich die Community gegenseitig anfängt, gegenzukeilen, dann muss ich intervenieren. Weil das ist nicht der Grund, warum ich eine Community aufgebaut habe. Die Community ist da, damit sich gegenseitig geholfen wird. Und das möchte ich einfach noch mal ganz klar klarstellen. Und dahingehend auch einfach noch mal motivierend, dass man da noch mal mit einem anderen Bild auch in unseren Chat rangeht. Es geht darum, denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Es geht darum, dass sie die Hilfe brauchen. Auch im Chat einfach ihre Fragen stellen können. Egal wie blöd sie sind. Und egal wie doof und anfängerisch. Viele sagen, sie sind ja noch Anfänger, sie trauen sich die Frage gar nicht zu stellen. Dafür ist doch der Chat bei uns da. Money-Monkeys.com Member. Beziehungsweise nicht Member. Man kann einfach so aufrufen, Money-Monkeys.com und sich registrieren. Kostenlos. Es drinnen kann sich einfach austauschen. Es ist kostenlose Dienstleister für alle, die die im Premium sind, kriegen noch ein bisschen mehr. Das ist einfach bekannt. Das ist so. Und wer Fragen hat, sollte die bitte stellen. Aber was ich nicht mehr sehen möchte, ist das Gegeneinander. Ich wäre jetzt da aktiv anfangen, Leute dann einfach zu sperren. Da kommt einfach ein Text dann noch mit dazu. Der ist bis jetzt noch nicht da. So dass dann steht, du wurdest gesperrt wegen so und so für einen Tag. Sollte derjenige dann noch mal negativ auffallen, wird er von der Plattform runtergenommen. Fertig. Dann machen wir künftig kurz einen Prozess. Früher habe ich das immer mit ewig viel Text versucht zu beheben, diejenigen zu bekehren. Mir hat das jetzt gezeigt, dass insbesondere die, die ganz, 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 ganz viel von mir bekommen haben, Zeit, um denen zu helfen, um die zu drehen, um die vom Einzahler zum Auszahler zu kriegen, dass diejenigen dann am Ende trotzdem immer noch die gleichen bleiben, wie sie am Anfang sind. Und das enttäuscht ein bisschen, dass das einfach nicht angenommen wird. Und wenn man sich dann noch hinstellt und gegen andere keilt, die eigentlich einem selber helfen und dafür da ist, in einem zu helfen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und ich werde das künftig kürzerhand haben, werde mir dann nicht mehr so viel Mühe geben, Einzelnen dann zu überzeugen, ein bisschen mehr zu versuchen, miteinander zu arbeiten, sondern kommt der Knopf und dann das weg. Also das vielleicht nur noch mal dahingehend. Wird dem einen oder anderen sicherlich aufgefallen sein, dass die Stimmung und der Ton ein ganz anderer ist, als es noch vor ein paar Wochen war. Und ich glaube nicht, dass es nur rein marktbezogen ist. Es gibt Menschen, die können im Team arbeiten. Und es gibt Menschen, die können das nicht. Und in der Community brauche ich ein Team oder möchte ich ein Team. Ich möchte ein gutes Team stellen. Und das einfach noch mal hin, um einfach klar zu machen, wozu das Zeug da ist. Und auch, um schon mal ein bisschen dafür zu sensibilisieren, was da vielleicht dann kommt. Ich werde das dann wesentlich stringenter durchführen, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Gucken wir jetzt auf den DAX. Müssen wir festhalten, wir haben jetzt gerade gesagt, dass die meisten, die hier auf der Longseite argumentieren, sehr, sehr rabiat und brutal auch unterwegs sind. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie der DAX hier auf Tagesebene sich vom mittleren Band abgestoßen hat und an Dynamik hochzu natürlich auch verloren hat, ist aber noch nicht umgekippt. Es richtet mir ein bisschen nach einer roten Tageskarte. Ich würde die aber ganz gerne zum Freitag noch abwarten wollen, bevor wir den jetzt nach unten wieder anzählen. Aber was wir sehen, ist eine etwa 61% Korrektur. Ich habe es jetzt noch nicht angelegt, aber dazu vom Augenmaß. Es ist auch egal, wenn es jetzt 65 oder nur 60 sind. Aber schaut mal. Tagesschluss exakt 61%. Sieht für mich jetzt danach aus. Wir haben impulsiv nach unten geschlagen, haben den Rücklauf mehr als überdehnt. Definitiv hätten wir auch kürzer halten können. Er hätte es einfacher gehabt, wenn er kürzer hält. Definitiv. Also der DAX hätte runter viel besser eskalieren können, wenn er zum Beispiel nach dem Tag gleich nach unten gegangen wäre. Wir haben ja darüber gesprochen, was wäre, wenn der DAX über 310 geht, was wäre, wenn er da runter geht. Er ist drüber gegangen, hat seine Erholungsziele geholt, hat sich die 460 jetzt hier auch noch geholt und sogar fast noch knapp an die 600 herangeschlagen. Wichtig ist, das sollte nicht über 600 und nicht über 670, weil das einfach zu hoch wäre, das wäre zu bullig. Sollte der also jetzt zum Freitag sich umdrehen, dann hätten wir einen impulsiven Abstieg. Wir hätten damit ein tieferes Tief unterrissen und damit einen Trendwechsel eingeläutet. Das ist, das denke ich mir nicht aus, das ist technisch einfach so. In dem Moment, wo der Markt anfängt, tiefere Tiefs auszubilden und dann tiefere Hochs, kann er einen Abwärtstrend einläuten. Dafür sollte man sich schon ein bisschen geistig öffnen, in dem Moment, wo er dann anfängt zu treiben. Man muss sich dafür nicht geistig öffnen, wenn der so bleibt und er drückt weiter eine grüne Kerze rein, weil dann wahrscheinlich er auch wieder bis zum Hoch oder sogar drüber hinaus laufen kann, ne, Richtung 49, 6000 und so weiter und so fort. Aber sollte jetzt hier eine rote Kerze reinkommen, eine rote Tageskerze auch zum Freitag, hätte schon gute Chancen, auch zum Montag eben sich weiter nach unten durchzudrücken. Insbesondere, wenn der Tagesschluss zum Freitag jetzt unter 4,68 geht, dann kriegen wir Verkaufssignale, ja, die, die er jetzt jeden Tag gescheut hat. Aber das sieht dann eigentlich ganz gut aus, ne, weil er ist impulsiv runter, er hat einen Trend gebrochen, er ist am 61er Retrace mit dem ersten Mal zum Stehen gekommen, hat deutlich ausgebremst, dreht er jetzt auch um, hätte entsprechendes Potenzial. Ich würde ihn dann in erster Linie Richtung 2,50 erstmal wieder sehen und schon wieder raus. Jetzt rein auf Sicht der Tageskerzen. Sollte der aber nicht zum Freitag die rote Tageskerze bringen und stattdessen einfach oben rausstehen, bezweifle ich, dass der nächste Woche umdrehen kann. Ja, würde er denken, dass er sich dann wieder hochstellt, ans Hoch, vielleicht sogar nochmal ein höheres hochsetzen. Von dem höheren Hoch müssen wir Stand jetzt aber sogar nochmal davon ausgehen, dass es wieder abverkauft wird. Weil die ganzen letzten Allzeithochs seit April immer wieder abverkauft wurden. Ja, es gibt Marktteilnehmer, die Positionen abbauen. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Das ist so, das sehen wir im Chart. Ja, das heißt, der müsste sich tatsächlich erst aktiv aus dem oberen Band rauslehnen, um sich das wieder in den Trend reinschieben zu können. Und solange das nicht ist, würde ich dann erstmal unterstellen, dass er vielleicht sogar nur ans obere Band ranspringt und sich auch erstmal wieder abstößt, wieder bis zum mittleren Band zurückkommt und weiter in seiner Range bleibt. Das ist so die Erwartungshaltung, wenn wir jetzt grün rausgehen und denkst. So, jetzt haben wir darüber gesprochen, was wäre, wenn die, wie die Freitagskreze aussieht. Das bringt mir natürlich jetzt zum Freitag 0. Ja, aber das ist schon mal wichtig, weil wir das dann in der Analyse nochmal aufgreifen werden für den Montag. Und da ist es manchmal gut, wenn man das schon den Tag vorher als Idee im Kopf hatte, weil wenn es dann so aussieht, dann fallen einem wieder tausend Gründe einfach rum und wieso und weshalb nicht. Und da ist es manchmal ganz gut, einfach sich einen Zettel an dem Bildschirm zu machen und zu sagen, okay, wenn das jetzt eintritt, dann ziehe ich das einfach durch. Egal, wie ich am nächsten Tag darüber denke, ich ziehe das einfach durch. Weil dann habe ich ein Setup gebaut letztendlich und das hilft mir unterm Strich, hier weiterzukommen. Ja, also das ist aus Tagessicht jetzt hier beachtenswert, eben der Tagesschluss, dass er genau aufs 61er gezogen wurde, dass wir uns vom mittleren Band abgestoßen haben und das auch sichtbar abgestoßen haben. Ja, kriegt er jetzt hier eine Drehung rein, hätten wir ein tieferes Hoch nach einem tieferen Tief. Und das per se würde ein Auflösen der Seitwärtsbewegung bedeuten, die dann in einen kleinen Abwärtstrend wieder eingehen könnte, der dann übrigens nach wie vor in dem Moment, wo er dann wieder unter 2,50 abtaucht, die Triggerziele hier noch gültig hat. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass die Trigger bei uns immer ein bisschen holpriger anlaufen. Das macht der DAX auf Tagesebene oft so. Aber das wäre jetzt zumindest hier der Blick. Saisonal sollten wir auch berücksichtigen. Wir nehmen uns immer mehr August, September. Das sind auch nicht unbedingt die Monate, wo man sagt, die sind dafür bekannt, dass sie 30, 40 Prozent plus auf jedem Indiz noch mal draufstellen. Sind eher die bekannt, weil einfach dann, also auf der Gegenseite halt. Sind August, September einfach öfter mal negative Monate als positive sind. Ja, das sollte man auch im Kopf haben. Und das ist nicht mehr lange hin. Wir haben jetzt den 22.07. Oft fängt er ja auch schon im Juli an, eben einzutreten. Wir haben jetzt noch knapp sechs Handelstage im Juli und dann ist auch schon August. Und von daher, wenn der jetzt hier anfängt, ein tieferes Hoch zu stellen und er hat jetzt schon ein tieferes Tief. Und das kurz vorm August. Ich glaube, dann sollten sich diejenigen, die aggressiv long daherreden, vielleicht mal nicht über, also ich persönlich würde dann einfach empfehlen, sich mal zu überlegen, ob man nicht vielleicht das Niveau nutzt, um es wie die anderen zu machen. Die anderen, die Käufer, die hier sich zurückgezogen haben, mit jedem neuen Hoch, was reingekommen ist. Und vielleicht erst mal ein bisschen in die abwartende Situation oder halt noch reinzugehen. Weil technisch bedingt sieht die Kiste nicht ganz, also es sieht jetzt nicht gerade bullisch aus. Auch wenn er stark zurückkommt und manche sich fühlen, wie als hätte er 5000 Punkte nach oben gelaufen und vor allen Dingen sich auch so verhalten. Sich Leuten, die short sind, gegenüber verhalten, wie als wären sie die dümmsten Leute auf der Welt, weil ja der Dachs nur steigt. Dass er aber 800 Punkte gerade aus dem Stand runtergekommen ist von einem Allzeithoch und nur 500 wieder hoch und vom Verhältnis, warum haben wir hier jeden Tag Bärenbilder drin? Dann geht es nicht darum, dass er heute Morgen unbedingt wieder wegfallen muss. Es geht darum, dass wir hier einen Trendbruch sehr wahrscheinlich drin haben. Und wenn der Dachs sich jetzt nach unten umdreht, sollte man aufpassen. Wie gesagt, wenn er sich umdreht, kriegt er hier grüne Kerzen dahinter, komm ruhig weiter lang. Dann würde ich selber auch denken, der macht hier nochmal hoch Richtung 900. Sich dort zumindest mal abstoßen, nochmal ein neues Hoch austesten. Okay, das ist also der Tageschart. Gucken wir noch kurz auf den 2-Stunden-Chart. Hier hat er den Rücklaufbereich nicht bedient, ist auch relativ gerade eigentlich durch und hat dann hier oben in dem Bereich knapp unter der 600 gesperrt. Hier hat man gesagt, das wäre dann nochmal so eine letzte Chance, um wegzudrehen. Und da müssen wir aber wirklich ziehen, weil alles, was zu, das wird sonst zu bullig, wenn er hochgeht. Und das bleibt auch zum Freitag so. Dann sollte der Dachs jetzt hier weiter steigen und auch die 6,70 noch rausnehmen. Also schon alleine ein Überwinden von 5,85, 600 finde ich sehr bullig, sehr positiv. Würde denken, der würde darüber dann noch an die 6,70 laufen. Und wenn er dann darüber geht, dann wird das nochmal probieren oben. Und dann muss ich zeigen, wie bullig er denn tatsächlich ist. Weil bis jetzt ist das von der Dominanz her rot. Wenn ihr das guckt, wie viele grüne Kerzen sind in der Abwärtsbewegung drin und wenn ihr guckt, wie viele rote sind in der Aufwärtsbewegung drin, ist die rote dominanter. Das ist einfach so. Auch von der zeitlichen Ausprägung ist das, was hochkommt, langsamer. Ja. Von daher, ja. Also, der hat nicht geklappt. Der hat einfach nicht geklappt, der Rücklauf. Da hätte ich mir mehr versprochen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Da hat der Dachs Stärke bewiesen in dem Moment, aber halt auch bloß wirklich in 5 Minuten. Mehr ist über den Tag nicht passiert. Der hat sich in 1, 2, 3, 4, 5 Minuten zum Zitterstadt hier hochgestellt und mehr ist nicht passiert. Das nächste folgende Hoch, was dann kam, wurde abverkauft. Abverkauft bis fast auf Tageseröffnung wieder. War fast im Tagesminus gewesen. Von daher, ja, ja. Ich lasse jetzt hier mal den Pfeil erstmal weg zum Freitag. Ich wüsste gar nicht, wie ich ihn zeichnen sollte. Habe auch nicht so eine richtige Idee für den Freitag. Ich würde denken, unter 4, 60. Unter 4, 60 hätte der Dachs leichte Karten bis 4, 15 zu fallen und unter 4, 15 hätte er dann schon langsam in den Drei-Richtungen. 3, 50, 300, 2, 50. Ja, damit könnte man sagen, die 4, 60 wäre ein kleiner Short-Trigger und man könnte sagen, das Tageshoch vom Donnerstag ist eigentlich ein Long-Trigger. Na ja, wobei, Vorsicht, na, 5, 80 ist Long reinzunehmen. Das ist halt auch ein bisschen mutig. Weil es ist hier schon noch eine kleine, das ist hier eine kleine Knauschzone. Und so wie er jetzt gebremst hat, wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich Long gehen wird. Ich glaube, ich würde es nicht. Wobei natürlich die Strecke hier, das Stückchen, das sieht schon interessant aus so einer Long-Position. Also über 5, 85 bis rein in die 6, 60, 6, 70. Das ist schon eine schöne Long-Strecke, die man probieren kann. Und darüber dann eben auch. Ja, aber Fokus würde ich jetzt auf die 4, 60 setzen zum Freitag. Und mal gucken, wie die neuen Hochs kommen. Wenn der da oben stabil bleibt, dann geben wir auch unsere Lisa Long rein. Das ist dann so. Das ist dann einfach so. Das machen wir dann einfach so. Und dann ist fertig. Aber wenn er unten arbeitet, unter die 4, 60, würde ich denken, Stückchen weißes Abgleiten bis 4, 15, 3, 70, 300, 2, 50. Das wären so die Ziele auf der Unterseite. Pfeile würde ich jetzt hier mal rauslassen, würde ich keinen neuen reinsetzen wollen. Ja, mir ist jetzt wichtig, wie sieht der Freitag aus? Was passiert jetzt hier mit der Reaktion am 61er Retracement? Drückt den Markt jetzt wieder zurück. Fängt er auch untergeordnet jetzt wieder an. Bis jetzt haben wir steigende Hochs, steigende Tiefs drin. Das heißt, wir haben kurzfristigen Aufwärtstrend ganz klar drin. Und sollte der jetzt anfangen zu drehen, indem er jetzt hier ausbildet, ein tieferes Hoch und dann hier jetzt noch ein tieferes Tief drunter setzt, dann kann sich das zumindest dann auch erstmal wieder runter. Ja, und ansonsten bitte, bewahrt einfach menschlichen Charakter und verhaltet euch nicht wie die Assis. Also das ist mir wirklich, das ist mir ein Herzenswunsch. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Ich schäme mich da auch einfach für Leute, die dann da drin sind und gegen andere Leute stacheln, pöbeln, die sich einfach daran erfreuen, wenn die Stimmung schlecht ist. Weil ich glaube nicht, dass deren Leben doller, positiver läuft. Und ich weiß nicht, ich schäme mich dann da. Ich schäme mich dann auch ein bisschen für das Feeling, was in dem Moment entsteht, weil ich es nicht unterbunden bekomme. Und da will ich künftig einfach, sagen wir mal ein bisschen härter ergegnen, dass man solche Unfriedentreiber einfach rausnimmt. Das habe ich bisher nie gemacht. Ich habe das immer versucht, auf eher verbaler Ebene irgendwie zu lösen. Ist mir auch immer gut gelungen, aber ich verliere so ein bisschen die Lust da dran. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Das macht man mir einfach momentan kaputt. Diesen Willen hat man mir etwas gebrochen. Das will ich ganz ehrlich zugeben. Ja, das da immer mit reiner guten Absicht und deswegen wäre ich künftig da einfach weg. Feuer. Thema erledigt. Kann man mit denen zusammenarbeiten, die zusammenarbeiten wollen. Gut, Freunde. Ich mache daher hier das Video aus. Und wie gesagt, versucht meiner Bitte vielleicht irgendwo ein bisschen nachzukommen und sich menschlich miteinander zu verhalten. Also ich weiß nicht, wo es herkommt, warum, welche Antriebsgründe man hat. Aber das ist kein Zeichen von menschlicher Stärke, wenn man irgendwo in eine Community geht und andere Leute runter macht. Also das tut mir leid. Da ist was nicht richtig. Da braucht jemand Hilfe dann. Und das sind dann genau diejenigen, die die anderen verkrauen. Okay, also in diesem Sinne bleibt friedlich, bleibt vernünftig miteinander. Miteinander funktioniert es. Trading ist schwer genug. Lieber miteinander. Lieber miteinander. Okay, damit mache ich das hier zu. Wünsche euch viel Erfolg und dann hören wir uns fürs Video für den Montag am Sonntag wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.